Musik An einer Wiese pro Kilometer westlich von Erster nach Göteballon präpariert. Team im Bilotz, wo er Pilot Claude Kraft als ein paar Feier-Equipen aus dem Grand-Duchet, die in der World Balloon Trophy 2012 teilhüllen. Der Claude Kraft als für die allermeisten Ernerparticipants passionierten Hobby-Pilot. Musik Ballonfuhren ist immer dabei, kann man im Anfang, weil man die Stadt so zählt, weil die Stadt flott fand. Für auch könnte man Ballon an Deutschland zu reisen, für andere Kulturen, an touristisch lernen, ähnlich zu entdecken. Teil bei der Kompetition, als die sportlichen Geest dabei für, können dann auch noch gute Resultate zu kriegen. Musik Die Equipen aus Hallow-Europa, die bei der Trophy mit dabei sind, kommen vier um die Paar für die Briefing bei Ihnen. Hier gehen sie mit den Meteos Prävisionen vertraut gemacht, rein oder auch stark gewandt beispielsweise Hundballons vor der Gönetgär. Da kriegen sie auch hier diese Aufgaben erklärt, beispielsweise Sandsäckelscher präzise auf bestimmte Ziele zu bringen. Wir versichern meistens Möhe an, oben senken zu fliehen. Und da setzen wir ganz verschiedene Tippen von Aufgaben. Hier tun wir eben eine von den Aufgaben auf der Insel. Zuerst danach mitten vom See, eben den Zielkreiz zu gelöst tun. Das kann auch noch ein Zielkreiz um Land sehen. Das hängt ein bisschen von den Widerkonditionen an, von den Richtungen vom Wand. Und es gibt natürlich nicht nur ein Zielkreiz um zu fliehen. Es gibt noch Konkurren, wo man versichern muss, zum Beispiel die größte Distanz an einer gewissen Flasche zurückzulehnen oder die größten Dreiecke zu fliehen, die größten Winkel zu fliehen. So Aufgaben kommen noch dabei. Ob man sich Aufgaben erfüllt kriegt oder nicht, das hängt ganz stark davon ab, ob der Kipp den richtigen Platz für ihn zu starten. Mit Versuchsballon wird die Wandrichtung kontrolliert. Der Startplatz läuft idealerweise so, dass die Wand den Ballon direkt über das Ziel bringt. Wir hatten den ganzen Tag Schauern. Wir hatten einen Front, die Lernsch gingen lassen. Wir konnten am Fongol noch tischend, in einer schlechten Widerfront. An der Nächsten kommt man wieder fliehen. Das bedeutet auch, dass am Fongol für die Startpläne so reißt sich, wenn wir am Anfang sind und hier gegangen sind, war das schwierig. Es hat sich keine Klo-Luftrichtung angestellt. Es hat ein bisschen Lotterie müssen spielen. Und der Wunder war pur sich verschärbt. Da habe ich diese komplett falsch gestartet. Wir hatten gelegt, dass wir gut gestartet sind. Aber das hat doch keine für Eis schief gehen. Nächster geht beim Balance-Fuhren auch nicht ein angespielter Ne-Kipp. Für die Leute z.B. weiß man am Klotkraft in der W. Der Mission ist für den Ballon abzureichen, ob der Platz, wo wir starten. Und natürlich noch sicher zu gehen, ob die Platz, wo er landet. Weil er am Führhaus ja nicht gewusst hat, wo er das ist. Und der Pilot kann nicht lange fliehen. Da ist ein E-Kippensport. Auch von der Balance ist da nicht immer relativ lange in der Luft bewegt. Man kann der Pilot nicht fliehen. Dann braucht man seine E-Kippe dafür. Ein Ballon kann nicht direkt gesteuert werden. Weil er aber jener Hecht verschiedene Wandsstärkten an Stremungen gibt, kann der Pilot durch die Wieseln eben von der Hecht ein Fluss auf die Fertrichtung von seinem Ballon holen. Bis zu 1000 Meter über Grund kann er bei einer Kompetition übrigens auch abgehen. Balance-Fuhren sind eurer Sport. Dafür sind Piloten am Regelfall auch an Vereinen organisiert. Ein Ballon kann so viel wie in einem ziemlich schönen Auto. Also das schwärzt man ganz schnell von 30.000 oder 50.000 Euro an nach Mai, wenn ein Sponsoring ganz abwendiges Design draufgegangen hat. Das ist so eine gefeierde Größenordnung. Das könnte natürlich auch Assurance, Gas, den wir brauchen, anzuführen. Dann ist das schon wohl da ja, wie gesagt, wie wir schaffen, eben für sich schon als Klub Gelder anzukriegen. Einfach zu sponsern und wir als Pilot können dann darüber fliegen oder sollen noch darüber fliegen und dann müssen wir am Anfang da nicht mehr direkt etwas bezahlen. Wohlverstanden, natürlich ist es Zeit und ein Auto anzuführen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wohlverstanden, natürliche! Wohlverstanden, natürliche! Wohlverstanden.